Hallöchen Leute, willkommen zur 33. Episode von meinem Let's Play Metroid Prime. Ich bin Davin, ich würde euch ganz herzlich zurück begrüßen. Ich habe einen verdammten hier vergessen Artefakt, also noch einen, wo wir dann wieder zurück müssen. Ja, Backtracking ohne Ende ist mal wieder angesagt, es tut mir leid Leute, aber ich habe es halt verharzt. Wir waren schon vorhin richtig, wo wir da beim Laboratorium da raus sind. Das wäre sinnvoll gewesen, wenn ich dann woanders da hingegangen wäre. Aber naja, was soll man machen? Ich bin auch ein Mensch, ich vergesse auch mal ab und zu was. So, jetzt nochmal kurz gucken, da sind wir gekommen. Ne, von da sind wir gekommen. Ich will jetzt mal da entlang. So, da gehen wir jetzt durch, gut. So, ich hoffe mal, dass es da gleich das nächste ist. Ne, da war der Spider Ball. Äh, der Sprint Ball. So, Sprint Ball ohne Ende. So, gut. Dann ist es das hier nicht. Da müssen wir doch jetzt raus. Erstmal gucken, wo der ein... Ah, da ist der Ausgang. So, gut. Auf euch scheiße ich auch. So, einfach weiter. Einfach nur weiter und da runter reingehen. So. Und weiter. Ramp. Ramp. Lass mich durch. So, ah, das sieht doch schon mal vielversprechend langsam hier die ganze Geschichte aus. So, hoch. Und, verdammt. Aber da oben waren wir auch noch nicht, eh? Obwohl, doch, wir waren da oben, glaube ich. Weil da war ja der Spider Ball vorricht und wenn ich mich jetzt richtig entsinne tue. Oh, da war doch die Spider-Vorrichtung, glaube ich, hier. Ja, da war die. Und da waren wir ja drin. Wenn ich mich... Ja, da waren wir drin. Weil da war ein Raketencontainer. So. Gut. So, euch machen wir schnell platt. Ja, ja. Tu nicht so die Welt erschüttern, ey. Mit deinem Stampfen. So, einfach durch. Nein. So. Und einfach durch. Einfach durch. So. Oh, super. Komm, auf. Einfach nur schnell kaputt machen, euch Freaks. So, komm. Ah. Ihr macht's mir echt ab und zu schwer. Ja, das ist auch wunderschön, dass sie endlich entsperrt worden sind. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich... Ja, jetzt komme ich da hin, wo ich nicht wollte. Dann ist es doch da drüben gewesen. Okay. Alles klar. So, dann gehen wir da... Wohl da rüber. Und weiter. So. Ram. Ram. Wunderbar. Ja. Da sind wir doch richtig. Stimmt, hier haben wir auch den Ice Beam, glaube ich, bekommen. Wenn ich mich richtig entsinne, tu. So. Okay. Sehr gut. Ganz einfach strukturiert. Ah. Okay, ein Schuss hat auch gereicht. Auch nicht schlecht. So, dann gehen wir rein. Wunderbar. So. Zack. Und rein mit dir. Zum nächsten Artefakt natürlich. Sehr schön. Gut, dann haben wir das nächste Artefakt. Wunderbar. Wunderbar. Dann fehlen uns noch drei. Eins ist in Talon, das weiß ich, und eins ist hier noch. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Wieder unnötig zurück. Aber egal. Was soll man machen? Es ist halt so. Es ist halt Metroid. Backtracking ist halt hier großes Kino. Das wisst ihr, ja? So, auf. Weiter. Einfach weiter. Einfach weiter. Einfach weiter. So, mach gleich hier auf. Sehr schön. So. Nein, das war mir klar, dass das nicht so funktionieren tut, wie ich es will. Naja, aber auf jeden Fall nehmen wir dann einen anderen Weg. Also jetzt nicht diesen Weg, diesen unnötigen Weg, wo die ganzen Freaks dann sind. Also, dass wir durchs Laboratorium dorthin gehen. Ne, wir nehmen natürlich einen anderen Weg. So, komm. Mach auf gleich. So. Geh sterben. Lass mich einfach in Ruhe und geh sterben. Nein, du bist immer noch nicht da und egal. Aber treffen tust du mich trotzdem nicht. Vergiss es. So. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Wow. Wow. Sein Trampel stößt mich ja gleich runter. Wow, wow, wow. Darüber musst du mir. So, und jetzt da. So, einmal Wavebeam. So, gut. So, Wavebeam muss man ja eh jetzt behalten. Von daher, lassen wir ihn gleich drauf. Ach, ich weiß. Ihr habt mich so gern. Ich aber euch nicht. So, lasst mich einfach nur da hochkommen. Ach, ihr Drecksspastis. Komm. So, komm. Und jetzt verreck einfach. So. Nummer Uno. Da ist der Zweite. Bam. 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 Oh, noch eine Rakete. Gute Nacht. So, wo ist der Nächste? Da ist doch noch einer. Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. So. So, und jetzt Rakete. Und fall schön runter. Hoffentlich bist du so viele Stockwerke runtergefallen, dass du nicht mehr weißt, was vorne und hinten ist. So. Gut, dann da hoch. Da war ja das Laboratorium. Da wollte man ja eher nicht hin. Wir wollen ja da hin. Oh Gott. Oh, super. Jetzt habe ich wieder diese Freaks. Ja, ich weiß, dass die Türen zu sind. Aber ich mag die trotzdem nicht. So, geh. Geh. Komm. Aua. Das tat weh. So. Geh sterben einfach. Und bam. Und ab geht's. Auf, auf, auf. Schneller, schneller, schneller. Alles schneller machen. Alles schneller machen. Schneller. Wir haben keine Zeit. Wir verlieren unnötige Zeit. Wir verlieren unnötige Zeit. Wir wollen keine Zeit verlieren. Wir wollen einfach weiterspielen. Dass wir endlich mal da weitermachen. So, komm. So, bis der andere es schnallt, dass ich da bin. Bin ich schon weiter weg. So. Oh, und schön. Schön die Abkürzung nehmen. Wunderbar. Zack. Sehr schön. Ah, hallo. Gibst du mir eine Powerbombe? Nein, du gibst mir ein Missile. Egal. So, weiter, 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 weiter. Und weiter, und weiter, und weiter. So, gut. So, immer schneller, schneller, schneller. Dann können wir auch wieder zur Tal und Oberwelt gehen. So, alles klar. Öp, öp, öp. Eisbeam. Eisbeam. Brav. So, du haltst die Bosch. So, wieder Wavebeam. Ach, das hasse ich hier. Ach, das hasse ich hier. Einfach die ganze Zeit nur die Beams wechseln, bis zum Gehtnichtmehr. So, oh, super. Da fall ich jetzt noch ein Stück weg. Tiefer, wie ich's wollte. Unnötig. So, komm. Nee, das war's nicht, oder? Doch, doch, da rein, da rein, da rein, da rein will ich. Da rein, da rein, da rein muss ich. So, komm. Auf, roll, roll. Roll schneller, roll schneller. Roll zu deinem Vergnügen, Samus. Roll zu deinem Vergnügen. So, gut. Da sind wir jetzt hier. Nein, das ist auch nicht das, was wir wollten. Ach, halt die Klappe. Halt die Klappe einfach. Du auch. So, komm. Bam. Oh, jetzt hab ich's verkackt. Komm. Okay. Dann warten wir doch lieber, bis hier mein schöner Transporter da ist. Da hab ich dich schon. Ergattert. So, gehen wir da drauf. Hallo, geh drauf. So, brav. Braves Mädel. Wunderschönes, braves Mädel. Du scharfe Samusarano. So, weiter, 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 weiter rollen. Und weiter rollen. Wunderbar. So, da sind wir daheim. Da wollen wir hin. Hier wollen wir hin. So, und du haltst die Gosch auch. Weil du bist hier genauso eine Nervenbalker. So, nur nicht runterfallen. Was geht? Ist noch einer? Nein, da ist keiner mehr. So, dann gehen wir da hoch. So, dann müssen wir uns jetzt mal hochbeamen. So, nee, dahin wollen wir. Und wunderbar. Wunderbar. So, ich glaub, hier ist es noch nett. Es muss eins höher sein. Nämlich genau da. Oder? So, falscher Ding. Oder? Ich muss es jetzt mal gucken. So, oder war es doch noch ein Stockwerk höher? Ich glaub sogar eher hier. Alter. Ja, da ist es. So, gleich den Plasmabeam drauf machen. So. Und wie machen wir das natürlich? Natürlich mit einer Powerbombe. Powerbombe. Okay. 86% Datenbank. 84% der gefundene Items. Das Einzige, was uns halt wirklich nur noch fehlt, sind die ganzen Missile-Container. Und das erspare ich euch alles. Ich mein, ich hoffe, dass die Raketen reichen. Wenn nicht, werde ich es halt offline machen, dass sich die ganzen Missile-Container uns ergattern tu. So, einmal hier die Abkürzung. Dann wieder darüber. So, und jetzt gehen wir zur Talen-Oberwelt. Aber, ich schau jetzt mal nochmal kurz zur Karte. Gibt es eine Option, wie ich hier schneller zur Talen-Oberwelt komme? Nein. Da ist Magmoor. Da ist Magmoor. Gibt es hier irgendwo Talen-Oberwelt? Da ist auch Magmoor. Ich kann mich entsinnen, dass es hier eine Option gibt, wo man... Da ist auch Magmoor? Ne, da sind wir ja. Okay, da gehen wir nach Magmoor und dann von dort aus zur Talen-Oberwelt wieder. Weil da ist unser letztes Artefakt, wo wir suchen. Weil das einzige Artefakt, wo wir nicht wirklich suchen müssen, weil es direkt am Tempel ist, ist das 12. natürlich. So, halt die Gorsche jetzt. Komm. Komm auf, halt einfach die Gorsche jetzt und lass mich in Ruhe. Brav. 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 Nochmal Raketen-Container. So. Gehen wir so richtig schnell und möglichst zur Talen-Oberwelt. Abkürzung. Einmal da hoch. Wunderbar. Das läuft doch wie geschmiert. So. Abkürzung. 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 Und ab. Weiter. Weiter. Und immer weiter. So. Zack, zack. Wunderbar. Ach, halt die Klappe. So. Ich muss ja eh noch ein Stockwerk höher. Von daher. So. Sepp. Dankeschön, dass du mich treffen tust. Aber es macht mir trotzdem nichts aus. Komm. Halt die Klappe einfach. So. Weißt du was? Ich lauf einfach vorbei. Ich lauf einfach an dir vorbei. Nee. Da will ich nicht hin. Das ist das verdammte, verkackte Labor. So. Und jetzt halt die Gorsche. Okay. Sterben einfach. So. Dann müssen wir doch hier nochmal hoch. Okay. Stimmt. Wir müssen ja diese Passage hier mit Morphball machen. So. Hoch mit hier. Und nochmal hoch. Brav. So. Sehr gut. So lauft es doch gerade wie geschmiert. So muss es doch laufen. So. Machen wir es schnell. Machen wir es ganz schnell. So. Ice Beam. Nein. Falsches. So. Gut. Und da ist ja schon unser Transporter für die Talon. Äh. Für Magmo. Sag ich. Wir müssen ja erst zu Magmo, dass wir zu Talon kommen. Eieieieiei. Ich habe heute mal wieder was mit mir. Eieieiei. Heute ist wieder was mit mir. Unfassbar. Unfassbar. So. Aber erstmal gehen wir hier abspeichern. Nach diesem kleinen Erfolg bis jetzt. Gehen wir natürlich so schnell wie möglich abspeichern. So. Wunderbar. So. Jetzt gucken wir mal wie die schnellste. Der schnellste Weg natürlich. Zu. Oh ja. Verdammt. Zur guten. Da geht es nach Phasumin. Da wollen wir nicht hin. Das heißt ich muss komplett hier durch um. Zu Talon Oberwelt zu kommen. Alles klar. Ja. Da müssen wir es wohl wohl oder übel tun. Auf geht es. So. Und ab. Ab. Brav. So. Erstmal da rüber. Bam. Barabam. Barabam. Bam. Barabam. So. Auf. Dreh dich rum. Aua. Okay. Dann hast du dich zu langsam rum gedreht. So. Schnell. Abkürzung. Machen wir es ganz schnell. Das wird zur Talon Oberwelt gehen. Das wird nämlich dann extrem lustig. Was uns erwartet. Nachdem wir alle Artefakte haben. Wird es schon extrem lustig. Nein. Nicht nur dass wir langsam zum Ende dann zu gehen. Sondern es wird noch lustiger. Du. 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 Das war nicht so geplant. So. Halt die Kursch da oben. So. Weiter. So. Weiter. Weiter. Und weiter. So. Komm. Ich mach die Extremabkürzung jetzt. So. Das ging ganz schnell. Und Foxy. So. Talon Oberwelt erwartet uns. Sehr schön. Ach. Gott sei Dank sind wir wieder in Talon. Für das letzte Artefakt. Für das letzte Artefakt. Für das letzte Artefakt. So. Dann werden wir uns auch das natürlich auch sofort jetzt holen auch. So. So. Kommt. Geh sterben. Dafür muss ich aber erstmal zum Raum des Lebens. So. Jetzt muss ich aber gucken wo das Raum wo ist. Das ist die Gipfelkammer oder? Das war die Gipfelkammer. Wo ist der Raum des Lebens? Sonnenwinkel. Okay. Wo war der Raum des Lebens? Wo ist der Raum des Lebens? Großer Baumhof. Da wollen wir auch nicht hin. Wo ist der Raum des Lebens? Hä? Jetzt bin ich Fuchsi. Da wo der X-Ray. Da wo wir den X-Ray bekommen haben. Das soll mir nämlich jetzt hin. Da wo wir den. Scheiß verdammt. Den X-Ray. Da ist er. Garten des Lebens. Ernst. Okay. Zum Kotzen. Wo führt. Wo kommt der Transporter her? Der kommt aus den Phaserminen her. Oh je. Saubere Geschichte. Das ist doch atemberaubend. Und das. Das kommt aus den Chozorien. Alles klar. Dann gehen wir in den Chozorien schnell. Okay. Gehen wir von den Chozorien ganz schnell dorthin. Dann kann ich nämlich natürlich auch noch einen Missile-Container uns holen. Du. Boom. Boom. Ba-da-da-bam. Bam-ba-dam. Halt die Klappe. So. Weiter. 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 Einfach nur weiter. Wo ist die Abkürzung? Da. Genau. Genau. Dahin wollen wir. Zwischen schönen Chozorien zurück. So. Das ist dann auch erledigt soweit. Wir mussten nämlich dorthin wo ich den Charge Beam hier geholt habe. Da gibt es nämlich einen schönen Missile-Container. Den werden wir uns auch holen. Weil wir eh ja auf dem Weg hier eigentlich zu der anderen Station da hinten sind. Zum Baum, äh, zum Garten da. Können wir ja mal einen kurzen Absprecher da drüber machen. So. Ich muss nur gerade überlegen wo nochmal der scheiß Charge Beam her war. Das ist gerade eher mein anderes Problem. Ich weiß es gerade nämlich nicht. So. Ich muss kurz auf die Karte kommen. Wo war der Charge Beam? So. Da war es nicht. Versammlungs. Da auch nicht. Das war so eine komische Ofenanlage. Da geht's. Da müssen wir eher hin. Zur talen Oberwelt. Dass wir dorthin kommen wo wir hin wollen. Aber der war. Wo war der? Wo war der? Wo war der? Wo war der scheiß Charge Beam? Der war nicht hier. Da war die Bomben. Da war man schon überall. So. Das war irgendwo da oder? Glaub ich. Müsste es sein. Hier glaube ich oder? Ne das war es auch nicht. Brunnenruinen. Wir müssen ja eh hier. Also heißt es. Doch das war da hinten hier irgendwo. Genau da war es. Alles klar. Dahin. Alles klar. Ich hab es entdeckt wo wir hin müssen. Gut. Alles klar. Dann machen wir uns mal auf den Weg dorthin. So schnell wie möglich. So. Und ab. Dü 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 dü. So gut. Dann machen wir es so. Ich mache einen Cut hier. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Wenn ich am gewünschten Ziel angelangt bin. Also bis gleich Leute. weiter. So. 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 So Leute, das sind Wir wieder, also das ging doch schneller und Foxier, wie ich gedacht habe, alles klar So, es gibt nämlich hier eine Möglichkeit, so was gibt es hier unten erstmal Da tun wir erstmal ein, nee, das ist jetzt hier nett Wir müssen gucken, weil hier gibt es eine Möglichkeit, genau da ist es Unter Wasser zu gelangen und da können wir ja nur hin, wenn man die Cradle Beam natürlich Äh, die Cradle Beam, die Gravity Suit hat Dass man unter Wasser laufen kann, so, dann haben wir 190 Raketen Das ist echt sinnvoll So, dann haben wir das hier auch erledigt, dass ich den hier jetzt unterwegs mitgenommen habe Was auch sinnvoll in dem Moment war So, dann gehen wir jetzt wieder zurück So Und müssen jetzt zur Ofenanlage jetzt Das ging ja auch ganz schnell, muss ich zugeben Also ich habe es als längeren Weg zum Charge Beam Ding in Erinnerung Aber das war wirklich foxy, ganz foxy Also das war wirklich ganz schnell Also da war ich selber bach gerade Wie schnell das ganz ging So, komm So, komm, geht schneller da So, komm Danke So, gut Dann nehmen wir aber da die Abkürzung da hoch natürlich So, sehr gut Dann geht's weiter jetzt im Angemachte Uiuiui So, auf weiter, weiter, weiter Und weiter, und weiter Okay, euch mag ich ja nicht Das haben wir ja schon tausendmal festgestellt Dass ich euch nicht mögen tue So, weiter geht's Auf So, schnell hier drüber Halt die Gorsch Und du haltst auch die Gorsch Dass ich hier drüber kann Danke So Mit dem Morphball geht's natürlich schneller Deswegen mach ich hier den Morphball So, zack So, jetzt da hoch So, zack Und los Wunderbar Sehr schön So, weiter, 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 weiter So, auf euch scheiße ich Euch Freaks Weiter So Macht mir die Tür auf Dankeschön So Ja, ich hab jetzt Ne, das ist schon der richtige Weg Alles klar Nur das Problem ist halt Dass ich halt nichts sehe Das ist mein größeres Problem Gerade So Und jetzt hier hoch Wunderbar Ganz schnell Foxy fertig gemacht Die ganze Situation So Gut Gut, dann müssen wir jetzt wieder da hoch Dü, 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 dü Oh, und Wupp Fress mich mal Und kaputt Sehr schön Gibt es mir sogar noch eine Powerbombe Wupp Was das war Verstehe ich gerade echt nicht Aber egal So, komm Und weiter Na Das war nicht so geplant So, nochmal ein bisschen Speed holen Ja Und nicht weiter hoch Ah, verdammt Das gibt's doch nicht Auf Zack Das ist jetzt nicht funktioniert Ey Das ist doch echt Umfassbar So, dankeschön So, gut Jetzt muss ich nur gucken Ob es der richtige war So, da war ja der Eisbeam drin So, jetzt muss ich nur gucken Wirklich, ob es der richtige Transporter ist Ob es der ist Oder der andere Hm Wie schaue ich das am besten So, einmal Nein, das wollte ich jetzt nicht zurück Sondern auf die Weltkarte Ich muss nämlich zu Nichtfase Minen Da Dahin Tal und Oberwelt Da will ich auch nicht hin Ich will nämlich Zum Baum Zum Baum Zum Baum So Da ist dieser Weg Da ist der Garten des Lebens Da wollen wir auch hin Also südliche Minen Muss ich raus Okay In die südlichen Minen Wo geht's zur südlichen? Da geht's zum östlichen Und das ist die südliche Sehr gut Das heißt, das ist schon mal Die richtige Tür Wo wir hingehen müssen So Du 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 Wunderbar Dann holen wir uns Das letzte Artefakt Und da gehen wir ja schon Eigentlich Auf große Schritte Zum großen Finale Zu Von diesem Let's Play Wunderbar Umfassbar Also Das freut mich jetzt Gerade alles Das freut mich gerade So Gut So Komm Halt einfach die Gorsche Ich will das ganz schnell Jetzt Ganz schnell machen Ohne große Probleme So komm Bäm Und jetzt ganz schnell sterben So Ganz schnell will ich das machen Sauber Jetzt falle ich noch runter Das hat Das hat ja echt Gerade sein gemusst So Geh sterben Wunderbar Zack Und jetzt Bäm Wunderbar Da einmal hoch Ah Scheiße Das hätte echt besser klappen können Warum Ja Ja Das ist in die falsche Richtung Katapultiert worden Gut Dann machen wir es halt Standard gemäß Alla hopp So Brav So Dann holen wir uns mal Das letzte Artefakt Das gute Teil So Wunderbar So Nämlich das letzte Artefakt Muss man unter Wasser Gehen Weil hier gibt es Irgendwo Genau hier Zack Da muss man jetzt hier runter Aktivieren Nein Falsch So Kommt noch so ein Teil raus Und da ist das letzte Chozo Artefakt So Das ist dann auch Geklärt Soweit Ja Und jetzt komme ich Nicht da hoch Wunderbar So Brav Sehr Gutes Love Doch wie geschmiert Alles gerade So Dann haben wir das Letzte Artefakt Bekommen Eins fehlt uns noch Und das ist In dem Tempel Im Wunderschönen Tempel So Okay Warum geht es so Tief hier runter Achso Das ist deswegen Okay Alles klar So Gut Dann müssen wir jetzt nur noch Wieder da hochkommen So Das heißt Einmal X-Ray Wieder machen Dass ich hochkomme Ne Falscher So Dass ich da alles sehe Was ich sehen muss So So Dann müssen wir jetzt hier hoch Wieder Alles klar Da geht es jetzt eine Route Wieder zurück Eine lange Route Eine lange Route Sehr schön Sehr schön Wunderbar Einmal darüber Sehr gut Lava Net Warum Bitte Wieso Warum Wieso Wieso Bitte So Geh sterben Aber ganz schnell So Danke Danke Dass du genau Von meiner Nase Kommst Und nochmal Einen schönen Beam up bekommst So Komm Zack Verdammt Ich hasse euch Aber dich kriege ich auch nicht Weil du zu weit weg bist Wow Vom Weiten So Komm Treffe ich dich noch Nein Natürlich treffe ich dich nicht Aber jetzt habe ich dich Komm Bäm Bäm Der erste ist down Und Bäm Der zweite ist down Und der dritte Weil es so schön ist Kriegst du auch noch eine Kariert Boah Unmöglich ist es schon so Geister Unmöglich Die wollen uns echt noch Viel Zeit fressen Dass wir nicht so schnell ins Finale kommen Leute Das gehört sich echt nicht Diese verdammte Tozo Geister Und das können sie bestimmt Auch nicht leiden Dass wir alle Artefakte Gefunden haben Das kommt ja auch bestimmt Noch dazu Dass sie sehr pissig sind In der ganzen Situation So Ab geht's So Und jetzt runterfallen Wupp Ja nicht in die Richtung fallen Sonst geht's böse Ins Auge Das muss ja echt nicht sein So Und zurück Komm Schneller Und Bäm Ah Verdammt Jo Ich hab's mal wieder Verkackt Aber sowas von Das gibt's doch nicht So geht doch Geht doch ey So Dann wieder den Ice Beam machen Das wirkt Ding Aber jetzt guck ich mal Ob wir von hier aus Zurück können Nein Da gibt's keine Option mehr Zurück Okay Das heißt wir müssen jetzt Wieder runter Ja ja Komm So Leute Ich werde auch hier mit dem Part beenden Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen Wir sehen uns morgen wieder Und ich gehe erstmal wieder Zum Mutterschiff zurück Und speichere dort dann ab Ansonsten Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen Gebt uns ein Abonnent Nämlich das ist gratis Ansonsten Gebt uns einen Daumen nach oben Und empfehlt uns weiter Wir sehen uns morgen wieder Euer Davy Tschüssi Kowski